Guten Tag, willkommen bei eShield TV. Ich bin Gerda und ich bin Bert. Wir beginnen mit der ältesten Katze in Deutschland und dann Kinder bekommen Stummer von ihr Handy. Der Hauptbezug war Lehrer Herr Klaren. Dann Emma Ciao Bella, die neue Spice Girl. Unsere volgende episode, Marijn in der Nähe, jetzt die älteste Katze von Deutschland. Katze, komm zu! Oh, meine Katze! Oh, nein, nein, nein! Nein, komm, komm! So, das ist meine Katze. Sie heißt Pip und sie ist der erste Katze in Deutschland und sie ist 25 Jahre alt. Sie ist meine Hartzfreundin und ich liebe sie. Sie ist meine einzige Freundin und ich will nicht, dass sie ist echt. Nein, 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 nein! Kinder bekommen Stummer von ihr Handy. Wir gehen zu Anna im ESL. Ah. Kinder sind sicherlich von ihrem Telefon dumm. So beginnen wir eine neue Herausforderung. Challenge. Eine Woche nicht auf ihrem Handy. Haben sie es tun? Wir gehen nach Klaselehrer Herr Klaren. Die Frage ist, geht das treigend? Ja oder nein? Hallo, ich bin Klaselehrer Herr Klaren. Und ich gebe Unterricht an der 3. Klasse, 3AC. Ich finde Kinder sehr Spaß. Das ist mein Lieblingsklassen. 3AC ist ein super Spaßklassen. Hallo liebe Klasse. Äh, Eva. Werden Sie streiten? Äh, nein, ich gehe nicht streiten. Das muss ich dazu umgehen. Der Streich ist ein voller Gang in Amsterdam. 1.000 Leraren und Meisters streiten. 3. Klasse, 3AC. 4. Klasse, 4AC. 4AC. 5. Klasse, 4AC. 3. Klasse, 4AC. Ich singe. 1, 2, 3. Kommst du? Deutsch sprechen? Deutsch sprechen? Deutsch! Nein! 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 Au! Das ist nicht so schön. Und dann mal Rhein in der Nähe. Willkommen bei einer neuen Episode von Rhein in der Nähe. Ich stehe hier neben Julia, mit der ansprachvolle Frage, was findest du nicht so spass? Deutsch sprechen. Ich stehe hier neben Lisa und Karo, was findest du nicht so spass? Das ist eine schwierige Frage. Was bei dir war das eigentlich? Was mir keinen Spaß macht. Flugzeug fliegen. Was sind sie auseinander? Wir sind Bruder und Schwester. Was findest du nicht so spass? Nicht so spass? Ja, aber meine Schwester hat gerade als John gesagt, wenn er schlechtes Wetter ist. Heute ist es gut. Ja. Was findest du nicht so spass? Ja, das ist schönes Wetter. Das ist ein bisschen spass. Was findest du nicht so spass? Was findest du nicht so spass? Hier in den Haaren oder? Äh... Was findest du nicht so spass? Oder allgemein? Ja. Allgemein. Ähm... Zu lange arbeiten zu müssen. Ah. Und... Das war, äh... Das war, äh... Danke für das ansehen. Tschüss. Hallo, ich bin Emma Chabella und ich bin meine Mieue Neue 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 Neue. Hallo, ich bin Emma Chabella und ich bin meine Mieue Spice Girl. Alles ist gut. Oh, ich bin proparto. Kut! Ja, was kut. Kut. Was du nicht das TexARE cela duizant, ich bin die so dum! Oh ja, Manufacture Ooh. Doooo m'n EAR unto me Neue Neue neue. I agree! 要 ein块 Ich k Intellectier Haste. 爱 Frau Sauceöm. Ich Karlsbaal habe ich binARY. Als ich berg im vielä kolejst. Ich weer nich. Nein, nein, nein. Nein. ich gebe ichoyu einen Zweck nicht. Und dann geht es nur noch gar nicht. Ich durfte, ich durfte, ich durfte. Ich durfte. Ich durfte. Bis zum nächsten Mal.